Guten Morgen! Wir haben in diesem Jahr nicht nur unseren Standort in Münster aufgebaut, sondern wachsen auch hier in Düsseldorf fleißig. Und zwar suchen wir dafür gerade einen Vertriebler für Dienstleistungskunden. Und zwar arbeiten wir nicht 360 Grad, sondern immer in Fachteams zusammen, Rekrunter auf der Kandidatenseite und Personalberater, Vertriebler auf der Kundenseite und können uns hierfür sowohl euch vorstellen aus dem Mitbewerb mit Erfahrung oder auch euch Quereinsteiger aus einer anderen Dienstleistungsbranche mit Erfahrung im Vertrieb. Was bieten wir? Wir bieten sicherlich die klassischen Themen in der Personalberatungswelt, das heißt Wasser, Getränke, Obst, Fitnessraum. Wir bieten aber auch einen Massagesessel und sicherlich auch interessante Projekte, die mit dem Thema Organisationsentwicklung, unserem agilen Arbeiten, auf das wir dieses Jahr umgestellt haben, zu tun haben und viele weitere Projekte, die anstehen. Weiterbildungen etc. kommen nach oben drauf und mehr erzähle ich gerne am Telefon. Bis dann!